Den Geist und das Denken erforschen von Tilman Lündrup Ist da jemand? Wenn wir solch einer Frage nachspüren, sind wir für einen Moment wach. Ist da jemand? Spricht da jemand? Hört da jemand? Denkt da jemand? Was kommen da für Antworten? Vielleicht niemand zu finden. Oder dieses Gewahrsein ist ein merkwürdiges Phänomen. Gewahrsein wird für ein Ich gehalten und spontan auftauchende Erscheinungen werden für Objekte gehalten. Oder mit anderen Worten, die Erfahrungen von Kontakt in den sechs Sinnesfeldern, die keinerlei Substanz haben, werden für Objekte gehalten und das nicht fassbare, erfahrene Gewahrsein wird für das Subjekt gehalten. Daraus entsteht dann die Welt des Ich und Du, Ich und Anderes. Lasst uns dies am Beispiel des Hörens üben. Ich werde jetzt immer wieder die Klangschale anschlagen und Euch dabei Fragen stellen. Achtet dabei bitte auf Eure Erfahrungen. Was unterscheidet die Erfahrung eines Klanges von dem Gewahrsein, das den Klang hört? Was unterscheidet sie und was ist ihnen gemeinsam? Ist die Erfahrung des Klanges verschieden von dem, das den Klang erfährt oder sind sie eins? Gibt es einen Mittelpunkt des Erfahrenen, hörenden, hörenden Gewahrseins. Gibt es einen Mittelpunkt des Gewahrseins in der Stille? Hat Gewahrsein einen Ort, wo es verweilt? Mit Fragen dieser Art halten wir den Geist wach und stellen unsere Annahmen über die Wirklichkeit in Frage, die Sichtweisen, die vorher selbstverständlich waren. Wenn wir antworten, ja, es gibt Gewahrsein, müssten wir eigentlich beschreiben können, wo es ist und was für eine Form, eventuell Farbe oder weitere Merkmale es hat. Etwas, was sich nicht beschreiben lässt, was keinen Platz einnimmt und eventuell auch keine zeitliche Ausdehnung hat, dem geben wir normalerweise nicht den Status von etwas Existierendem. Wir sprechen im Mahamudra vom Fingerzeig der alten Frau. Die alte Frau sagt, schau, dort ist der Mond. Und sie weist mit dem gebogenen Finger auf den Mond. Solange wir nur den Finger anschauen, sehen wir nicht den Mond. Genauso geht es uns mit Hinweisen auf die Natur des Geistes. Die Dimension der Wahrheit, den Dharmakaya. Solange wir nur die Worte hören, verstehen wir nicht, auf was sie hinweisen wollen. Aber Worte sind in der Lage, uns auf etwas aufmerksam zu machen. So sind auch diese Forschungsfragen dazu gedacht, uns aufmerksam zu machen, sodass wir hinspüren und selber zu Antworten kommen. Diese Antworten entstehen in einem Prozess direkten Erlebens. Unmittelbares Erleben räumt mit Annahmen über die Wirklichkeit auf, die dann nicht mehr haltbar sind. Die vielen Erfahrungen, die wir bewusst in der Meditation erleben, sind Futter für die Weisheit. Welche Erfahrungen nähren die Weisheit? Es sind die Erfahrungen der fünf äußeren Sinne sowie das Erleben der Denkprozesse. Mit den äußeren Sinneserfahrungen schließen wir relativ schnell Frieden. Aber mit dem Denken haben wir Meditierenden oft unsere Schwierigkeiten. Die meisten von uns wollen keine Gedanken haben oder wären zumindest froh, weniger davon zu haben. Entsprechend strengen wir uns an, keine oder weniger Gedanken zu haben. Das ist aber eine Sackgasse, denn diese Haltung entzieht der Einsichtsmeditation den Nährstoff. Gennon Rinpoche sagte, Meditierende, die keine Gedanken wollen, werden wie ein Tisch. Auch ein Tisch hat keine Gedanken. Aber ist er etwa erwacht? Wollt ihr so werden wie ein regungsloser Tisch? Aber viele Praktizierende verwechseln Meditation mit Gedankenlosigkeit. Der Buddha hätte den Dharma nicht lehren können, ohne zu denken. Er verstand und benutzte verschiedene Sprachen und Sprechen beruht auf Denkprozessen. Der Buddha konnte offenbar hervorragend denken und sich zudem gut in die Gedanken seiner Fragesteller einfühlen und die Knoten in ihrem Denken lösen. Ihre Knoten waren nicht in den Sinneserfahrungen, sondern in dem, was sich an die Sinneserfahrung anschließt, im Denken. Gedanken sind äußerst segensreich. Hierzu gibt es eine berühmte Unterweisung von dem großen Mahmudermeister Gampopa. Betrachte Gedanken als notwendig. Betrachte Gedanken als äußerst segensreich. Betrachte Gedanken als angenehm. Betrachte Gedanken als unentbehrlich. Wird ihr Erscheinen in dieser Weise als sinnvoll betrachtet, dann sind sie die unwandelbare Natur. Gampopa möchte, dass wir unsere Einstellung gegenüber Gedanken radikal ändern. Wir bemerken, dass aufgrund unseres Denkens viel Leid entsteht und meinen in einer Art verkürzter Schlussfolgerung, wir müssten aufhören zu denken. Manche hegen das Ideal, ein Leben zu führen, das nur aus direktem Wahrnehmen besteht, ohne Denken. Das hört sich nett an. Das Problem ist nur, dass wir dabei den sechsten Sinn ausklammern und damit eine der größten menschlichen Qualitäten über Bord werfen, das Denken. Denken beinhaltet die Fähigkeit, Zusammenhänge nicht nur zu erkennen, sondern auch zu kommunizieren. Kommunikation ohne Denken gibt es nicht. Die Lösung für das leiterzeugende Denken kann nicht sein, ganz mit dem Denken aufzuhören. Das würde uns unter anderem zur Sprachlosigkeit verurteilen. Denken stellen wir Zusammenhänge zwischen verschiedenen Erfahrungen her. Es hilft uns zum Beispiel Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Wir hören Dharma-Unterweisungen, nehmen sie auf, bedenken sie, stellen uns Fragen in der Meditation, erinnern uns ans Wesentliche. Und mit dieser gedanklichen Unterstützung vollzieht sich der Prozess der Einsicht. In seinem letzten Satz sagte Gampopa, dass wir durch eine offene Haltung den Gedanken gegenüber ihre unwandelbare Natur erkennen werden. Das ist der entscheidende Punkt. Lasst uns ein kleines Experiment machen. Zunächst noch einmal mit dem Klang. Wir sind gewahr, bevor der Klang kommt. Dann schauen wir, während der Klang anhält, ob das Wahrnehmen des Klanges ebenfalls Gewahrsein ist. Und schließlich verweilen wir noch einen Moment im Gewahrsein nach dem Klang. Das war Gewahrsein vor, während und nach einer Klangerfahrung. Jetzt untersuchen wir dasselbe mit Gedanken. Der Einfachheit halber werden wir damit beginnen, indem ich euch einen Gedanken vorgebe, den ich gleich laut aussprechen werde. Bitte achtet auf die Qualität des Gewahrseins vorher, während und danach. Buddha Buddha Teufel Teufel Jetzt bitte ich euch, jeder für sich seinen eigenen Gedanken zu produzieren. Danke, nicht zu viel, sonst raucht es noch. Das Experiment ist einfach, nicht wahr? Es wird dabei offenkundig, dass es sich in allen drei Fällen um Gewahrsein handelt. Wahrnehmen wie auch Denken sind Gewahrsein. Da ist kein wesentlicher Unterschied zwischen vorher, während und danach. Was allerdings die möglichen Assoziationen und Reaktionen angeht, gibt es einen ziemlichen Unterschied zwischen den Gedanken Buddha und Teufel. Was dürfte euch aufgefallen sein? Doch beides sind nur Vorstellungen. Sie lassen das Gewahrsein in seiner grundlegenden Natur unberührt. Gedanken und auch sonstige Wahrnehmungen sind wie Wellen. Etwas wird wahrgenommen, aber vorher, währenddessen und danach ist stets Gewahrsein. Auf dieser Grundlage sagt Gampopa, einer der Begründer der Kranjulinje, nicht nur haben Gedanken noch nie einem Meditierenden geschadet, sondern sie können geradezu Feuerholz für das Feuer der Erkenntnis sein. Jeder Moment des Erlebens, inklusive Denken, ist eine Möglichkeit, die drei Daseinsmerkmale Unbeständigkeit, Leidhaftigkeit und Nicht-Selbst zu erkennen. Das gleiche gilt für Leerheit und andere zentrale Dharma-Lehren. Alle Gedanken und ganz speziell die starken Emotionen sind willkommen, um zu der Einsicht zu verhelfen, dass sie vergänglich und substanzlos sind. Sie haben keine Dauer und erzeugen auch kein Leid, wenn wir nicht festhalten. Aber wenn wir festhalten, werden sie zur Quelle von Leid, das heißt von engen Geisteszuständen. Im Zitat von Gampopa heißt es weiter, Betrachte Gedanken als notwendig, da ohne Gedanken die Natur der Phänomene nicht erfahrbar ist. Früher bist du im Kreislauf bedingten Daseins umhergeirrt, weil du die Natur der Gedanken nicht erkannt hast. Jetzt dagegen enthüllen dir die Gedanken den Dhamakaya, den Wahrheitskörper, die Dimension der Wahrheit. Betrachte sie deshalb als äußerst segensreich. Wenn du jetzt verstehst, bei allen aufkommenden Gedanken, frei von Anstrengung zu bleiben, dann sind Gedanken selbst der Dhamakaya. Betrachte sie deshalb als angenehm. Wenn du Gedanken als angenehm erfährst, ist die Ursache von Verspannung aufgehoben. Du bist in dem Maße verspannt, wie du Gedanken als Fehler ansiehst. Es folgen noch viele weitere Zitate im Ozean des wahren Sinnes, in denen uns der neunte Kammerpaar einschärft, Gedanken als Freunde zu betrachten. Dies hat entscheidend mit Entspannung zu tun, wie es bereits in den letzten Sätzen von Gampopa gesagt wurde. Was macht das Meditieren so anstrengend? Wodurch kommt es zu diesem Kampf? Manche schlafen sogar ein beim Meditieren, um diesem Kampf zu entgehen. Schläfrigkeit in der Meditation ist oft Zeichen großer Anstrengung. In den Spannungen, im Rücken, Nacken, wo auch immer, wie auch in der Abneigung zu meditieren, in all dem zeigt sich unser Kampf. Womit kämpfen wir da eigentlich? Die Vermutung liegt nahe, dass es unsere Gedanken sind, insbesondere die Emotionsgeladenen. Gegen was sonst sollten wir uns wehren? Die Lösung ist natürlich nicht, den Gedanken freien Lauf zu lassen und sich in Tagträumen zu verfangen. Es geht darum, immer wieder, so wie Fred es erklärt hat, die wahre Natur aller Erfahrungen anzuschauen, einfach so, wie sie sind, wenn wir nicht nach ihnen greifen und uns nicht darin verfangen. Wenn wir uns nicht in dieses karmische Feuerwerk, das da zum Vorschein kommt, einmischen, dann vergeht es. Geistige Bewegungen steigen auf und vergehen. Das geht so schnell, dass wir gar nicht sagen können, wie lange ein Gedanke dauert. Wie lange dauert eigentlich ein Gedanke? So lange, wie man an ihm festhält, nicht länger und nicht kürzer. Überprüft selbst, ob das stimmt. Die Fülle geistiger Aktivität nutzen In tibetischen Texten sind mit Gedanken sämtliche Gefühle, Wahrnehmung, Gemütsstimmungen und Emotionen gemeint. Wenn wir ermutigt werden, Gedanken wertzuschätzen, sind damit also alle geistigen Bewegungen gemeint. Das begriffliche Denken benennt die Dinge und funktioniert ähnlich wie das Sprechen. Man könnte die Gedanken aufschreiben. Die vorbegriffliche gedankliche Aktivität hingegen läuft erheblich schneller ab. Sie beinhaltet all die Geistesbewegungen des Fühlens, Erfassens und Spürens, bevor sich diese zu Begriffen formen. Diese nichtbegrifflichen Bewegungen werden deutlich, wenn wir etwas erleben oder denken, es aber nicht gleich in Worte fassen können. Hier nun ein Zitat zum Umgang mit den Geistesbewegungen vom großen Meister Urgenpa, dem Lehrer des zweiten Kammerpaar. Du brauchst nicht absichtlich einen Zustand frei von Gedanken zu suchen. Du brauchst Gedanken nicht als Fehler zu betrachten. Damit Deine Meditation nicht an Hungersnot leidet, ergreife den Überfluss an geistiger Aktivität am Schopfe. Nimm die Erfahrungen, wie sie kommen, ohne Dich vor etwas zu verschließen, ohne Dich in etwas zu verfangen und ohne einen besonders ruhigen, klaren und frohen Geist zu suchen. Hier treffen sich Vipassana und Mahamudra. Wir nehmen die Erfahrungen, wie sie kommen und verschließen uns nicht vor ihnen. Wir nehmen jede geistige Aktivität, um die Einsicht zu vertiefen und suchen keinen speziellen Geisteszustand. Der neunte Kammerpaar führt dies weiter aus. Es ist äußerst wichtig, den Geist natürlich zu lassen, ohne Konzepte, offen, in einem gelösten Zustand, frei von Anhaftung und alle aufkommenden Gedanken mit unzerstreuter Achtsamkeit in ihrer wahren Natur zu betrachten, ohne sie zu leugnen oder zu bekräftigen, ohne etwas zu fabrizieren oder zu verändern. Hierbei bedeutet den Geist natürlich lassen, den jetzigen Geisteszustand so anzunehmen, wie er ist. Ohne Konzepte bedeutet, uns nicht von Vorstellungen ablenken zu lassen und sich nicht in Gedanken und Vorstellungen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verfangen. In ihrer wahren Natur betrachten bedeutet, das Entstehen und Vergehen der Gedanken anzuschauen und ihre nicht fassbare, substanzlose Natur wahrzunehmen. Nichts leugnen bedeutet, nichts zu verneinen. Das ist nicht, das kann nicht sein, sondern offen zu sein für das, was ist und wie es ist. Nichts bekräftigen bedeutet, nichts zu bejahen. Das gibt es, das ist so und nicht anders. Wir vermeiden, Meinungen zu erzeugen. Dazu gehören auch Bewertungen wie gut und schlecht, das soll sein und das nicht. Nichts fabrizieren oder verändern beinhaltet keine spezielle Meditation zu fabrizieren, um zum Beispiel die Leerheit zu sehen oder Weite zu erfahren. Wir fabrizieren auch keine Einsicht und keine Geistesruhe. Das, was erfahren wird, wird nicht verändert. Das hat etwas mit Geduld und Einfachheit zu tun. Wenn wir manipulieren, wird alles kompliziert und anstrengend und wir sind in Vorstellungen gefangen. Fabrizierte meditative Zustände fallen in sich zusammen, sobald wir keine Willensanstrengung mehr aufbringen. Die Einheit von Geist und geistigen Bewegungen Der neunte Kamerpaar schreibt weiter, an derselben Stelle, Die Spiegelung des Mondes findet sich nicht außerhalb des Wassers. Die Spiegelung des Mondes steht hierbei für alle geistigen Bewegungen, für alle Erfahrungen und Wasser steht für den Geist, unser Gewahrsein. Wir sprechen deshalb von einer Spiegelung, weil wir nichts über vermeintlich existierende Objekte außerhalb des Geistes aussagen können. Wir haben es mit inneren Abbildern zu tun. So entstehe ich, Thelmann, der dies hier sagt, im Geist von jedem, der zuhört, inklusive von mir selbst, als ein Bild von etwas, über dessen wahre Existenz außerhalb unserer Erfahrung wir nichts sagen können. Kamerpaar fährt fort. Ebenso sind alle Gedanken ausschließlich im Geist. Die Gedanken, das heißt alle geistigen Bewegungen, sind immer Gewahrsein. Denken findet immer im Geist statt. Gedanken und Geist finden sich nicht an verschiedenen Orten. Dies eröffnet ein Tor des Verständnisses, um die Dualität hinter sich zu lassen. Kamerpaar fährt fort und schreibt, Der Geist aber ist leer und klar wie ein Spiegel und seine Bilder. Und bei genauer Betrachtung ist es diese Basis- und wurzellose Klarheit, in der unbehindert Gedanken entstehen, die als Damakaya bezeichnet wird. So wie es außerhalb des Wassers keine Wellen gibt, genauso erscheinen die verschiedenen Gedanken stets im klaren, leeren Raum der ursprünglichen Natur, ohne je von ihr getrennt zu sein. Unbehalten Musik Untertitelung. BR 2018